Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Tag online gemeinsam hier feiern können. Herzlich willkommen zum Zollhof Opening. Erlebt mit uns gemeinsam diesen Ort. Es ist ein Ort für Innovation, für das Neue, für Kreativität und für ganz viele tolle Unternehmen, die hier raus entstehen können. Das ist für uns insgesamt in Nürnberg ein starkes Signal, dass wir hier für die Start-up und die digitale Community eine neue Heimat gefunden haben. Ich wünsche allen Beteiligten, dass sie viel Pioniergeist haben, viel Unternehmergeist haben und so sehr erfolgreichen Start-ups werden. So viel Engagement ist selten gesehen und ich glaube, dadurch, dass es was Neues ist und was Besonderes, brennt das Feuer noch mal heller. Jetzt zu sehen, wie groß das schon geworden ist, wie viele Start-ups dabei sind, das ist einfach unglaublich. Nürnberg ist eine Metropolregion mit sehr, sehr starken Unternehmen und das ist die Stärke, glaube ich, die wir spielen können. Auch wenn die drei Buchstaben FAU im Zollhof nicht vorkommen, wir sind Zollhof. Gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, mit tiefen Umwälzungen ist es wichtig, dass wir junge Unternehmerinnen und Unternehmer haben, weil wir brauchen diesen Gründergeist. Wenn wir das richtige Umfeld schaffen, dann werden wir das viel öfter erleben. Da, glaube ich, ist so eine Community wie ein Zollhof schon eine große Unterstützung. Also umso besser, dass es heute so etwas gibt und ich finde, das ist eine tolle Initiative. Start-ups spielen eine extrem wichtige Rolle in diesem Innovations- und Digitalisierungsprozess. Und da ist es wichtig, einen geschützten Raum zu haben, in dem sich zum einen Ideen entwickeln können und zum anderen aber auch Talente entwickeln können. bis zum nächsten Mal.